Nick Walker, Full Day of Eating, Mr. Olympia Prep, High Day, let's go! Oder war der schwerhörig, als er das Intro gemacht hat, wie laut ist das bitte? Er hat mich gefickt. All right, so, today we have a high day, because it's leg day, um, yesterday was my birthday. And, uh, Maria surprised me by taking me to Berries for a nice dinner, and luckily so, we lost two pounds overnight, so, Matt decided to give me a nice little high day for today's leg day, so we got Megafit steak with some bananas, jasmine. Steak with Bananen zum Frühstück? Rice, Sushi Rice, I'm sorry. Also, Steak, Bananen, Reis, and, uh, nah. Um, a little bit of ground cinnamon in there, a little pink salt, and one. Das ist auf jeden Fall eine leckere Kombination. Mike, B-T-Y, danke dir für's Primabow. Blueberry muffin from Dunkin' Donuts. My favorite muffin of all time is the blueberry muffin from Dunkin' Donuts. So, this is meal one for today's high day, um, I'm hungry, we're a little behind today, because we went to the gym, to send pictures, so, it's a little late. So, I'm gonna eat this, and then we'll see you. Was meint ihr, wie viele Vollidioten jetzt Bananen mit Steak zum Frühstück essen, Alter? Weil die das Video bei, hier, bei Nick Walker gesehen haben. Be back for... Brüdi, du kriegst keinen Riegel, brauchst du gar nicht zu weinen. Pre-Workout meal. Man kann Hähnchen mit Reis in den Mixer schmeißen mit Wasser, habe ich auch ein paar mal gemacht, ist aber nicht geil. Okay, guys, so for meal two, which is my pre-workout meal on this high day, we're gonna have some Megafit Chicken, Jasmine Rice, I'm supposed to do avocado, but I don't have any, so we did olive oil instead, a little bit of mustard, pink salt, and ground cinnamon, of course, 100 grams of pineapple, and with this meal, we are gonna take two capsules of Glyco-HD. Wahrscheinlich, ist das so ein GDA, würde ich denken. Berberine. We're gonna take one capsule of Revive Digest-Aid. Dann noch Verdauung, Entschuldigung, Enzyme. Beta in HCL benutze ich auch bei meinen Coaching-Leuten und auch selber, ich benutze es, wenn ich viele Kalorien habe, das ist für mich, wie sagt man, der Game Changer, in der, was die Verdauung angeht. Ich hab jetzt hier XL in dem Oberteil, nee, XXL, Entschuldigung. Hat geklingelt, Nick, mach mal Tür auf. Mein Pre-Workout Meal ist über 1.41 Uhr, so we'll probably train in about an hour, up to the hour and 20 minutes, give or take. And then, yeah, we'll get ready to train legs, and then that'll be it. This is, you know, this is a good high day. You know, body's being very responsive, which is good, you know, especially after, you know, going out to dinner last night and getting a really nice cheat meal, I guess, for my birthday with Maria. You know, we did eat a good amount of food, so the fact that I dropped two pounds, you know, made me very happy, made Matt very happy. So that's why we're going with a high day today for legs. And also, you know, it's very important that we keep the food drivers really higher on the leg day, since, you know, that is a keen body part that I would like to continue to bring up, even as we get more deeper into prep, and then eventually just try and maintain it, which I think, you know, we're doing. We're doing a very good job. I think I added good size to where it's needed, so I can even put on a little more size before, you know, gets to that point where you're just not putting on size anymore. Der hat eine ganz andere Stimme, als ich mir vorgestellt habe, ja, das Gesicht passt auch gar nicht zum Körper, ne, der ist so ein wirklich verdammtes Mutant, alter, so ein Mutant, das passt richtig zu dem, ne, the Mutant. Guckt euch den mal an, alter. Gesicht, richtig Babyface. Then I'll be happy, you know, so yeah, high day pre-workout meal, we'll see you for the post. Okay, so we got, war das vorgespult oder hat der wirklich so schnell? Okay, so we got, I'm making fit, chicken, cream of rice. Trader Joe's, the almond butter, raw. Frozen blueberries. I like frozen fruit better than fresh, it lasts longer. Maria is gonna have, mega fit, the go-to. Also, cream of rice gibt's, blueberries, almond butter, chicken und jetzt hier noch irgendeine Mahlzeit. Und an dieser Stelle gibt's eine ganz kurz Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein und schaut auch unbedingt auf OACE vorbei. Da findet ihr beispielsweise die wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William, alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. You don't heat up the sauce, right? No, I don't have the sauce. You just heat up, right? Mm-hmm. That's all I take. Hat der letztes Jahr gemacht? Ich hoffe, den dritten, oder? Dritten oder vierten Platz? Ich glaube, vierter? Weiß ich gar nicht. Voll vergessen. Dritter, okay, danke dir, Bruder. That's long enough? No, I put it for two minutes, then put it in a bowl, then heat it out for another minute. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass der dieses Jahr schlechter platziert wird, weil es sind jetzt ein paar Kandidaten da, die sich brutalst verbessert haben. Ich sage, Derrick wird Mr. O, Hadi Chopan wird dieses Jahr zweiter, das ist meine Prediction. Und dann, selbst ein Dauder, Digga, sehe ich auf der drei. Also der ist für mich auch von der Linie aktuell einer der geilsten, so, was das angeht, ja. Und durch die Linie und die Masse, die der aktuell hat, wird er, denke ich mal, Nick vom Podium stoßen. Das ist meine Prediction, Freunde. Und voila, das ist mein Post-Workout. Ich will mich sicher, dass ich meine Rechtshälfte hier habe. Digga. Ja, all right. Ich liebe diese. Andrew jackt sich auch in der Top 5, tatsächlich. Look, they're small. These are wild, that's why. They're small, they're. Mash it all together. Like so. And then I like to drizzle. Don't worry about it. That'll be patient. You don't want to do too much. Light drizzle. It's all in the drizzle. Just a little bit, just a little flick of the wrist. So it is. Ich liebe, wenn so Mandelmus so flüssig ist. Und dann kann man das so schön drüber als Topping. Voll geil. Oh, good. Das sind die richtigen Blaubeeren, wovon du blaue Zunge bekommst. Und Lippenblau. The Essentials. One pill. Detain. One pill. Revive Digestate. Two pill. Glyco HD. Code Mutant. Small club. All right, so before I eat my post-workout meal, um, just to go over the training aspect, um, um, post-workout, pre-workout, oder? You guys now know I officially, um, use the RP Strength app, which is very beneficial in the sense where, you know, what, er benutzt eine App. You can keep track of your sets, your, your reps. Ach so, so eine Trainings-App. So much weight you're using, you can calculate downsets, you can change, actually, exercises, you can do anything with this app that you would love. Download with Code Mutant, too, but it's not, it's not necessarily about the app. It's, it's the principles behind the app, which is the training. You know, you can train any way you want, and the app will help you, of course. I'm a big believer in the app, but the style in which is, every one thing is being trained, it's, it's something that you guys know I used to do, which is a very slow, eccentric rep, but, I've also learned, even though it was a very slow, eccentric rep, and it was perfect form, I still believe, to an extent, I was going too heavy, in the sense where, you know, by the time I was getting the rep three, I was already, you know, starting to get the shakes, you know, versus now, you know, if I want to do a set of 10 to 12, you know, I might start to shake a little bit by rep. gian pfeifen abends, ne, aber das, oder Avocado ist auch nice. Ja, Fisch oder Fischölkapseln, fettigen Fisch, sowas ist immer gut. Das ist bei mir, ich esse zum Beispiel kein fettiges Fleisch, esse ich gar nicht. Wenn ich Rinderhack nehme, zum Beispiel, dann gucke ich immer, dass es, dass es Rinder-Tartar ist, aber ansonsten Volleier, Nüsse und Omega-3, Das sind so meine, also ich rede jetzt von meinen Fettquellen, ab und an mal Avocado. Öl, so wie sowas wie Leinöl oder sowas, absolut nicht. Wenn ich schon eine Fettquelle habe, dann will ich auch, dass es schmeckt. Und natürlich Olivenöl kann man benutzen irgendwann im Aufbau, über einen Reis kippen oder Kokosöl geht auch noch. Das macht auch die Mahlzeit schmackhafter, definitiv. Avocado stehe ich auch voll drauf, so eine Guacamole, was voll Geischmüll ist. Reis, Chicken, Avocado, so Guacamole selbst gemacht, hast du direkt eine geile Soße. Kannst natürlich auch Remoulade und Mayo nehmen. Tobia 95, das ist für mich die Reaction, der letzte Stream am Samstag letzte Woche im Hotelzimmer in Berlin. Das war, das ist das lustigste Video auf dem AboWilliam-Kanal. Die letzte Tunfisch-Reaction. Wenn ich das gucke, ich muss mich jedes Mal komplett behindert lachen. Das war so geil, Alter, danke nochmal dafür. Ich habe einfach nur die Chat-Nachrichten vorgelesen und lag auf dem Boden, Digga. Und wirklich, dass es nicht so heavy ist, dass es nicht so heavy aus dem Jump. Und natürlich, dieses Style of Training ist ein R&R, das ist Reps und Reserve. Und ich denke, es ist sehr gut, aber ich denke, es ist gut, wenn du verstehst, 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 dann ist das R&R-Method. Es kann sehr gut sein, aber wenn du nicht, dann ist es wahrscheinlich, dass du zu viele R&R in den Tank verlässt. Und es wird einfach nicht benötigt. Aber, ihr habt alle meine Progresse gesehen. Ich glaube, in einem sehr kurzen Zeit, in der Off-Season, die ich hatte, das war nur zwei bis drei Monate, habe ich ständig verbessert. Die Körperparte, die jeder wollte, verbesserte, ich glaube, ich habe verbessert. Da bin ich mal gespannt, wie der Kollege das auf der Mr. Olympia Brünne dieses Jahr präsentieren wird. Und ich werde immer weiter verbessern, um die Präpe zu verbessern. Wir werden alle auf den Punkt, wo du nicht mehr wachsen wirst, weil du es einfach wirst. Aber ich glaube, gerade jetzt, dass ich es noch ein bisschen wachsen kann und davon auswählen kann. Also, ja, das ist wirklich alles. Ich wollte das erklären, weil ich liebe die App, ich glaube, die App ist sehr gut. Aber in order to really understand the App with RP Strength Training, you have to be able to understand the principles in which these guys perform it. Und like I said, it's a very slow eccentric rep, full range of motion, connecting with the muscles as best as you can, um, and just not taking it to the ultimate failure when it's not needed. And like I said, I think the results speak for itself. And I am very happy with the results. I know Matt's very happy with the results. RP Strength is very happy with the results. And how I know, I've progressed a lot and even got bigger when Maria tells me, you look big as fuck. So, that's, that's the upside. But I'm going to take this meal down and we will see you for meal food. All right, so, we are here with meal number four. Schade, dass man hier auch wieder nicht die Makros sieht. Das finde ich immer ganz interessant bei full day of eating. Eatings. And we got mega fit chicken, sushi rice, olive oil, a little pink salt, a little cinnamon, and then a hundred grams of pineapple. This is meal standard. This will be my last meal with fruit in it. And when there's, and just so you guys know, this is 300 grams over rice. That's basically what the rest of my meals will be. But I'll still show you those since you guys love to see all my food. And this is meal number four. I'm going to eat this while I enjoy the new season of Lincoln Lawyer. Relax. Just got done a really good podcast. Showing Netflix and Chew. With Guy and Justin that I think you guys will totally enjoy. So, yeah, same for meal five. So, we have to take a little break from watching the Lincoln Lawyer and we have meal five here on this fantastic high day. Bestimmt dasselbe wie vorher. We have mega fit chicken, 300 grams rice. Was sagt der die ganze Zeit omega fit chicken? Oder was sagt der da? Ich höre das schon die ganze Zeit, ich höre das nicht richtig raus. Warte mal, wir machen mal hier unter die Klappen. Zack. On this fantastic high day, we have mega fit chicken. Mega fit chicken. Ah, bestimmt sein Sponsor. Ich verstehe die ganze Zeit Omega fit chicken. Irgend so, Gott weiß ich, Omega 3 chicken, Alter. 300 Gramm of rice, a little bit of olive oil, some pink salt, ground salt. Was tun, wenn man Libido Probleme trotz Test hat? Dann würde ich auf jeden Fall die Freundin wechseln. Nein, Spaß, Bruder. Liga, mach ein Blutbild, guck was da los ist. Cinnamon and Maria is going to make some mega fit Steakums. With rice. Er ist in der offenen, ja. Und was er im System hat, welche Mengen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Jungs bei Mr. Olympia dosieren. Ich würde mal sagen, natürlich ist er sehr hoch, mit Sicherheit. Ja, und viele Komponenten. Da sind auch andere Sachen noch mit drin. Wahrscheinlich Incrylex, HGH hoch dosiert, Inso ist drin. Sowas ist safe bei den ganzen Jungs. Safe drin, Digga. Und dann werden wir das letzte Episode von Lincoln Lawyer enden. Und dann werden wir uns wieder sehen. Für das letzte Meal. Was für ein Framer, was für ein Kasten ist, ne? Brutalst. Wir haben mega fit Chicken. Was sonst? Almond Butter. Ein bisschen Sushi Rice. Ground Cinnamon. Und Pink Salt. Und das wird das letzte Meal. Also bei ihm ist wirklich sehr sehr monoton, ne? Ich will das essen und wahrscheinlich eine halbe Stunde später gehen wir ins Bett. Und das wird es für heute. High Day. Also. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Das war ein Tag zu essen. Ich will einen High Day. Also. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Like und subscribe. See you for the next one. Ne, Nick. Enjoyed habe ich dein Video auf keinen Fall. Jetzt mal Spaß beiseite. Der hat sich wirklich überhaupt gar nicht Mühe gegeben, ne? Es war ein stumpfes Video. Er zeigt einfach nur sein Essen, was eigentlich jedem... Eigentlich könnte er das Video in 30 Sekunden abdrehen. Würde einfach sagen, ich habe den ganzen Tag Reis mit Chicken essen, ein bisschen Almond Butter und ein paar Früchte. Haha. Nein. Ist natürlich ein bisschen monoton. Äh. Videoschnitt war langweilig. Eigentlich ein Scheiß Video. Aber dennoch. Wir müssen uns natürlich auch mal ein bisschen den Nick Walker reinziehen. Denn der ist einer der Top 3 Bodybuilder in der offenen Klasse. Ja. Und ich bin gespannt, was FM Paket dieses Jahr bei Mr. O zaubern wird. Und... That was about 150 Dollar worth of Megafit Chicken Meals. An einem Tag. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esen.com vorbei. Mit Rabatt von William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres IsoClear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry Geschmack. Gebt mir noch zwei Wochen. oas.com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell drei verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt. Schaut unbedingt bei oas.com ab. Denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tank-Tops. Womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch dreimal die Woche bei Twitch vorbei. Um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.